hallo und herzlich willkommen youtube und einige leute die uns kennen jetzt natürlich nichts sagen und wir spielen jetzt capture the flag und eine aufnahme ist jetzt leider raus übrigens die kämen klaren tag gibt doppelte punkte habe ich gehört die kämen klaren tag bringt punkt abzug weil das als verhöhung gilt das ist als würdigung dann müsstest du ja vier mal abzug haben oh ja hier hier ist es im klaren tag komm extra punkte oder was hallo mein youtube bei statistik gegen 20 abschüsse 7 wurde ja wir haben gerade eine aufnahme gemacht und leider 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 ist die soundspur abgeschmiert deshalb machen wir es jetzt noch mal neu hören die eigentlich was wir hier sagen ja wir hören was du sagst ich glaub nicht ich glaub nicht die machen über spiel nein die machen über teamspeak keiner von denen hat festgestellt die machen über teamspeak nein wir machen über teamspeak über skype aber trotzdem alle aufstumpen sonst sonst die haben sie alle aufstumpen sag mal ruhig nein was hast du getan jetzt kann panischer nein lass mal zerstören jetzt bitte du weißt ja ohne schuss ja ok komm da kommt der eier guck zu serien pass mal auf nehm mal hier orbital satellit drohne hunde hunde schaff ich viermal viermal schaff ich ja ich glaube respekt haben wir nicht gecheckt oder ne ey und weißt du schau schon komm an hihihi huhu huhu hihihi schreib moin ich kann doch nicht ich kann doch nicht mal glatt ich war ein richtig fies hier hihihi hihihi wie gehts hihihi hihihi ja jubi bestimmt oder so oder so oh god er hört uns scheiße verdammt ja ich so gleich mal hier schleife mach headset schreib wir hier kommander jetzt wirst du jetzt wirst du geowned ja man kommander jetzt spielen wir ernst jetzt spielen wir ernst kommander jetzt spielen wir ernst jetzt haben sie aus spaß gestorben oder ok hab dich liebens auch geil fit mach mal einen über einladen kommander mach ich ne schleifflugung für xg also xg für 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 xd e Commander, lass den weh machen. Hunter, sei mal leise. Commander, was ist eigentlich mit dem Kaboom-Turnier, mit dem CK und Kaboom-Turnier? Da hast du nie weiter gemacht. Da hast du nur ein, zwei Videos, denke ich, dazu gemacht. Das ist ja nur ein zweiter Meere. Das Commander Kaboom-Turnier. Es gab zwei Videos. Das eine war die Vorrunde. Das eine war dann Halbfinale und Finale. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich mal wieder eine Runde machen soll. Also sprich ein neues Kaboom-Turnier oder ein neues Kriegerturnier. Ich habe auch Bock drauf. Nur das Problem ist halt, dass so Leute wie er so mummelt, sage ich mal, die halt nachschäunen, die zerstören das. Und so ein Turnier kostet eine Menge Arbeit. Nicht nur mich, sondern auch andere. Und vorher werde ich mir noch einen neuen Padawan holen. Oh mein Gott! Du meinst einen zweiten, nicht einen neunten, oder? Einen zweiten. Gut. Und dann kann man auch über ein neues Turnier reden. Übrigens, wir haben in der letzten Folge, die wurde leider nicht hochgeladen, ihr kennt ja den Schnurrbart von Semtex, von seinem Avatar. Und wenn das Video, dieses Video hier, dieses Video, 5000 Likes bekommt, dann macht sich der Semtex für die Gamescom 2013 auch so einen Schnurrbart. Geht halt aber nicht hin. Links läuft einer, ganz links außen läuft einer lang. Egal. Du bist gnädig heute, ne? Na, sogar. Aber nicht kämpfen, Fäcki, ja? Einer ist oben im Haus. Wir haben. So. Oh, guck mal, wo die Jungs stecken hier. Komm, ne mal eine Waffe hier. Geh mal auf keine Schweinehaut. Oink, oink. Der Hinkelfix wollte er nicht kennen. So. Ja. Ah, wir haben den Over auf unserer Seite. Oh. Jawohl. Ich weiß nicht, wenn man auf dem Boden liegt. GMP, Alter. Ähm. Nicht von mir. Ich glaube, Over, oder? Nein. Ne. Ja, genau, äh. Ist das behindert? Ist das behindert? Wirf doch die Scheiße, hä. Der Over hat schon wieder 73 Guardians. Kriegt die im Jamba Monats-Abo, kriegt die zu. Oh, schön, dass unsere Flagge jetzt zurück ist, hä? Warum leckt das eigentlich schon ein bisschen hier dazwischen dann? Oh, jetzt ist Over wegen dem Leck gestorben. Der arme, arme over. Ich bin, äh, hat der Cresigno in Hauchrecht? Ja, hüpf mal, Cresigno. Schönes Ding. T-Bang. Nicht vergessen. Oh, der ist der Ficker. Der Ficker, der Spacken jetzt bei unserer Flagge. Weißt, wie viele von unserer Flagge anfangen kann. Ja, Senior? Oh. Ja, hier habe ich dir den Popo gerettet. Ja, das ist auch dein Job. das pader waren sie habe ich noch mal einfach die weggehalten ich bin lächelnd in die schussbahn gesprungen nein 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 was mache ich dann so schlecht ich wollte gerade vorrät holen ja komm ober die machst du mal einen kaputt hier ach scheiße warum ist denn bei unserer basis keiner ach so ihr seid alle bei der anderen flage und für ein paar reaktionen oh meine güte dieser bilder oben drin rum ja ganz ehrlich aber ist schon traurig dass die die vorher so eine große klappe hatten von wegen ja die zerreißen wir und zweimal und das ist doch spaß was sagt was nimmt das alles so ernst immer ich meine aber dass das dass die jetzt echt teilweise schon so abkämpfen müssen das ist gar nicht so schlimm die erste runde schon mal nein du machst als flaggentür wenn du flagge hast machst du 200 punkte pro kill ne ja das ist ja richtig krass wenn du mit konterkrone spielst ja deswegen hat over auch letzte runde ständig die flagge als wir schon zwei hatten ich grüße meine eltern ich grüße meine eltern wetter des todes so ich hab ne dragge und viere schönes ding moin moin hau mal raus schieß mal das ding ab schießt da schnell das ding ab kursio ich sehe da ich hab gerade hat leider erst zerstört nachdem ja ober hat seinen spaß das das war also wir klappt p klar wir auch viel punkt ihr war natürlich eine starke dringend das ist jedes mal das gleiche immer wenn ich gerade meine helft der rakete auslösen will ja werde ich von irgendwann gemäss vor der gammelt hinterm trecker sehr schön ober am camp natürlich wieder ja krieger genau Ja, Krieger, genau, ey. Och, hau ab. Ja, genau. Stört nicht, ne? Also ich muss sagen, die spielen ja nicht schlecht. Also du kommst echt, wenn du die Flagge hast, du kommst echt nicht sehr weit. Geil, ich hab auf sein Ziel 4 geschossen. Er tötet mich damit und ich tötet ihn damit. Aber eine Win-Win-Situation, ne? Habt ihr euch erst geteilt? Ich bin doch so blöd, Alter. Ich will die Defense-Fahne holen, ey. Die hat so schön grün geleuchtet, ne? Oh, da war einer, Krieger? Ja, ja. Der geht hoch. Ins Haus. Ja, ja. So oft wie die einen messern, Alter. Träumen. Ne, Kripp-Signor? Boah. Boah. Woher wusste ihr denn, dass ich da schon wieder bin, ey? Ja, aber ich kann es auch mal beide lang machen, ey. 5,50 Meter, ey. Ach, Mann. So eine Sekunde. Jetzt nur aufpassen. Die haben unsere Flagge und sind relativ nah an ihrer Basis. Schön. Haben wir jetzt mit der Flagge weggenommen? Das haben wir schon gut. Meine Fresse. Also ist das ein Spacken, ey. Also einer ist bei unserem Haus, ganz oben. Ja, der hat mich auch gerade erwischt. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich mir die Scheiße holen. Haben wir die erste Runde gewonnen? Ja. Ja, die wehren sich gut, ey. Den trifft es wieder schnell, den Commander. Das ist sensationell. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war's. 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 Dann müssen wir jetzt die Flagge... Äh... Ich hab keine Ahnung, wie die Verlängerung aussieht. Müssen wir die nur berühren, oder müssen wir die erobern? Ich nehme mal einen Erobern. Erobern. Aber ich denke mal, es ist so gold und gold mäßig. Ich denke mal, geht ganz normale Zeit. Ne, ich glaube, das ist so gold und gold mäßig. Ich wär jetzt ein Landet, der hat gewonnen. So, jetzt beschützt mich mal. Auf meinem Weg zu Ruhe und Ehre. Kommst nur lang, von unserem Spawn aus. Rechts heute. Na, Tankstelle. Krissinio! Nimm die Flagge, Krissinio! Nimm die Flagge! Nimm die Flagge! Nein, Krissinio! Krissinio! Ja! Wir waren doch schon fast da! Er fehlt! Ja, ich hätte noch beinahe. Nimm die Fahne, over! Ich bin auch dichter. Wenn er das sauber hält, ist das auch gut. Sau... Oh, das ist ein schönes Ding, Junge. Ich bin auch dichter. Ich bin auch dichter. Verdammte Kacke, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Warte, lass mich. Achso. Bist du der Samtex, oder? Ich bin gerade tot. Achso. Komm schon, bringe nach Hause! Nein! Das gibt's doch nicht! Nein, du Hund! Alter! Ivan, Alexis, schön mit dem RPG, ey! Ich hab ihn nur angeschossen, und dann kam ein blöder Esmin oder so ein Kram. Mist, 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 der darf nicht... Sehr schön. Sehr schön. Ova, jetzt holt ihr sie doch mal. Ey, Ova, der würde im Alleingang lächelnd nach Hause laufen. Jo, ey. Es laufen drei Leute quasi da lang. Bei denen. Optifine, sehr gut. Ich komme von der Tankstelle wieder. Und ich werde verfolgt. Einer bei unserer Basis. Der gammelt da oben drin. Sauberkrieger. So, Counter, Drohne raus. Komm, 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 komm! Harter Kampf, ey. Das macht mal wieder richtig Bock zu ner Runde, muss ich sagen. Friendly Care Package inbound. Possible Care Package inbound. Our flag has been taken. UAV on standby. Oh, meine Güte. Also, ich krieg's echt sauber... Also, muss ich echt sagen, ich krieg's echt sauber hinzuverteidigen. Sobald ich die habe, egal welchen Weg ich nehme, da ist immer einer. Ja. Jetzt wird auch mal die Kriegsgruppe. Einige Drohne, feindliche Drohne, kann ich die scheiße nicht mal runterholen? Alter Schwede. Pinkelfix ist der übelste Verteidiger hier gerade, ey. Nein! Herzlichen Glückwunsch, war echt gut. Ja? Und ich bin auch nur der Letzte. Nein! Ja, okay, nicht der Letzte. Die feiern sich, oder? Ja, genau. Abonnieren, favorisieren, Like nicht vergessen. Das war ein Chris-I-Dio. Mr. Zemtex-H-D. Ah, ne. Hä? Hä? Weiter geht's! Aha! Komm jetzt, bitte, bitte, bitte! Schon wieder Overtime. Hat die Verlängerung zwei Halbzeiten, oder? Haben die die gerade noch eingesammelt mit unserer Flagge, oder war einfach nur Zeit um? Nee, die stand ja 0-1 aus unserer Sicht, also, die haben die schon eingenommen. Ey, Capture the Flag macht ja richtig Spaß, ey. Ja, genau, Feindia Blitzschlag, genau. Einer war der unserer Flagge. Was war das denn schon wieder? Jaaa! Nein, ey! Jetzt krieg ich aber auf die Fresse! Ich hab die Flagge wieder zurückgeholt. Schön. Mann kaputt, Cresigno! Wo kommen die denn? Die kommen im Vorräter. Ey, ich steh auch immer an den behindertsten Stellen, ey, wo ich denn nie abschließen kann. So, Krieger, ich hab gleich ein bisschen Drohung gedöhnt. Sehr gut, Krieger. Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Mann, auf die! Dann stirbt sie nicht! Oh nein! Ja, wie ich ihn nicht kriege. Ey, ich hätte noch einen Kill machen können, egal. Hättest noch einen Kill gemacht und dann... Das ist schwul. Komm mal, dann kommt die besten mal schön auf YouTube. War echt eine coole Runde. Ja. Hab Bock gemacht. Heute haben die auch schon ein Buch gelangt. Ach so, danach geht's, wer in der schnelleren Zeit die Flagge einnimmt. Ja, ich hab das auch gesehen heute. Nicht ganz, aber ich hab's gesehen. Das heißt, die haben die Zeit vorgelegt und wir hätten die kontern müssen. Haben wir natürlich nicht insofern geschafft, weil wir ja die auch nochmal verloren haben, aber... Ach Gott. War ja gerade nicht chill. So, das waren Cresigno, MrSemtexHT und CommanderKrieger für euch. Tschüss. Tschööö. Adios. Tschööö. Tschööö. Tööö.